Finn, der Drache, rettet die Menschheit Kapitel 1 Finn, der sprechende Drache In einer malerischen Welt, wo die grünen Wälder auf die schimmernden Seen trafen und die Berge bis zum Himmel reichten, lebte ein junger Drache namens Finn. Er war kein gewöhnlicher Drache, denn er hatte die besondere Gabe des Sprechens. Seine Schuppen schimmerten in den schönsten Farben des Regenbogens, und sein Herz war so rein wie der klarste Bergsee. Finn lebte in einem gemütlichen Höhlenversteck, umgeben von glitzernden Edelsteinen und leuchtenden Kristallen. Er verbrachte seine Tage damit, mit den Tieren des Waldes zu sprechen und Geschichten von fernen Ländern zu erzählen. Kapitel 2 Die Bedrohung am Horizont Eines sonnigen Morgens, als die Vögel fröhlich zwitscherten und die Blumen ihre Köpfe reckten, bemerkte Finn etwas Seltsames. Am fernen Horizont konnte er eine dunkle Wolke sehen, die sich bedrohlich näherte. Als er näher kam, erkannte Finn, dass es sich um einen furchterregenden Drachen namens Grimm handelte. Grimm hatte finstere Absichten. Mit einem gefährlichen Glanz in seinen Augen umzingelte er das Dorf der Menschen und drohte, es mit seinem lodernden Feueratem zu vernichten. Die Menschen flohen vor Schreck, und ihre Häuser begannen zu brennen. Kapitel 3 Finns heldenhafter Einsatz Finn wusste, dass er handeln musste. Er erhob sich in die Luft und flog mit rasender Geschwindigkeit zum Dorf hinab. Seine sanfte Stimme und sein freundlicher Blick trafen auf die erschreckten Menschen, die sich versteckt hatten. Fürchtet euch nicht! Ich werde euch beschützen! rief er. Seine Worte brachten Hoffnung und Trost, und die Menschen wagten es, aus ihren Verstecken hervorzukommen. Finn stand Grimm gegenüber, der mächtige Feuerschube auf ihn schleuderte. Aber Finn wehrte die Flammen mit seinem starken Atem ab und konterte mit einem mächtigen Strahl aus Licht und Wärme. Kapitel 4 Das Duell der Drachen Ein gewaltiger Kampf entbrannte zwischen Finn und Grimm. Die Himmel erbebten von ihren mächtigen Kräften, und die Erde bebte unter ihren Kämpfen. Finn kämpfte nicht aus Zorn, sondern aus Liebe und Mitgefühl für die Menschen. Er wollte das Dorf retten, ohne Grimm zu verletzen. Grimm, der in Fins Augen die Güte erkannte, begann zu zweifeln. Sein Herz wurde von Reue ergriffen, als er die Entschlossenheit und die edlen Absichten seines jungen Gegners sah. Mit einem letzten mächtigen Atemzug gelang es Finn, Grimm zu besiegen. Kapitel 5 Ein neuer Anfang Grimm lag geschlagen am Boden, doch Finn hatte kein Verlangen nach Rache. Er reichte Grimm seine Klaue und sagte, es ist nie zu spät, ein besseres Leben zu wählen. Lass uns gemeinsam eine Welt des Friedens und der Freundschaft erschaffen. Grimm nahm Fins Hand an und fühlte die Wärme seiner Güte. Die Menschen jubelten vor Freude und Dankbarkeit. Finn und Grimm arbeiteten zusammen, um das Dorf wieder aufzubauen und eine neue Ära des Friedens und der Freundschaft zu begründen. Finn, der sprechende Drache, wurde zum Helden der Menschen und der Fabelwesen gleichermaßen. Die Welt erstreilte in einem neuen Licht, das von Liebe, Güte und Freundschaft erfüllt war. Und so endete die Geschichte von Finn mit einem Lächeln, einer Freundschaft und einer Welt, die von Liebe und Güte erfüllt war. Ende der Stadt Vielen Dank.